Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute mit einem Review nicht nur zur UFC, sondern auch Ben Askren vs. Jake Paul. Ben Askren, der ehemalige UFC-Fighter. Lass gerne einen Daumen nach oben da oder eine Bewertung bei iTunes oder natürlich auch ein Follow bei Spotify. Kommen wir erstmal zur UFC. Robert Whittaker dominiert Calvin Gastelum. War ein super genialer Fight. Also Whittaker hat hier wirklich sehr, sehr schön gekämpft und Whittaker über fünf Runden weg kreativ, schnell, flink, ausdauernd vor allem. Vor allem Legkicks, Strikes, Kicks, Takedown, Wrestling. Es war alles dabei. Robert Whittaker hat eine Glanzleistung gezeigt und Calvin Gastelum, für den kann es durchaus bald vorbei sein in der UFC. Ich denke nicht, dass da seine Reise noch sehr, sehr lange anhalten wird, weil er nun mal schon viel verloren hat in letzter Zeit, obwohl er ja immer gut gekämpft hat. Also zuletzt gegen, ich meine, Jack Hermanson war das, gegen Adesanya. Hey, er hat Adesanya fast gefinished, das dürfen wir nicht vergessen. Aber Gastelum hat die letzten Fights verloren und vielleicht ist da auch ein kleines Abspeckprogramm in Sicht, dass Gastelum dann sagt, okay, er geht jetzt eine Gewichtsklasse niedriger, denn dort sind die Leute besser für ihn geeignet. Auch von seiner Größe her, von seiner Statur her ist er einfach kein Middleweight. So ehrlich müssen wir sein. Ja, Robert Whittaker wird jetzt höchstwahrscheinlich oder ziemlich sicher gegen Adesanya kämpfen. Dieses Rematch kommt. Ich will da auch niemand anders sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen anderen Kampf buchen wird als Adesanya vs. Whittaker 2. Das ist the fight to make. Das ist der Kampf, den ich sehen möchte und auch hoffentlich der Kampf, den die UFC sehen möchte. Co-Main-Event hatten wir Andrea Lofsky und da denken sich jetzt manche im Moment, es war doch Jeremy Stevens gegen Dracar Close. Und ja, eigentlich hätten wir diesen Kampf sehen sollen, aber Jeremy Stevens hat bei den Weigh-Ins Dracar Close nach hinten geschubst und das einige Meter sogar. Also das war ein sehr emotionaler und sehr intensiver Schubser. Aufgrund dessen hat sich Dracar Close verletzt und aufgrund dessen ist dieser Kampf ausgefallen. Zuerst hat er Probleme mit seinen Nerven, das heißt er hat seinen Daumen nicht mehr gespürt, es hat gekribbelt und so weiter. Dann gab es Probleme mit dem Knie, dann gab es einige Stunden vor dieser UFC Fight Night eben die Absage. Andrea Lofsky hat seinen Kampf gut gemacht. Lofsky, der vermutlich immer wieder der Underdog ist und einer der Kämpfer ist, bei dem man sagt, okay, der ist richtig stark, obwohl er schon alt ist, klar kann er nicht mehr ganz oben mithalten, aber mit den Top Heavyweights kann er mithalten. Also mit der Top 15 des Schwergewichts, nicht mit der Top 3, wohlgemerkt. Ja, dann hatten wir ebenfalls Boxen, Ben Askren gegen Jake Paul und Ben Askren, ja, hat sein nicht vorhandenes Dry King gezeigt. Er kann nicht boxen, das hat er gegen Damian Meyer gezeigt. Das hat er auch jetzt einmal mehr gegen Jake Paul gezeigt. Ben Askren ging K.O. bzw. Jake Paul erzielte einen Knockdown, daraufhin stand Ben Askren auf, aber der Referee war scheinbar der Ansicht, dass Ben Askren das nicht mehr aushält. Kann ich nicht verstehen. Leute, gönnt euch Ben Askren gegen Robbie Lawler und wie Ben Askren da weitergemacht hat, der wird nicht von einem Punch von Jake Paul flurry sein. Also er wird nicht auf wackeligen Beinen stehen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ben Askren da wirklich ausgenockt war, dass Ben Askren da wirklich am Taumeln war. Nee, er hat sich ja auch eine Stand-Up-Schlacht gegen Damian Meyer geliefert. Also, nee, ich weiß nicht, was da los war. Auf jeden Fall war Jake Paul trotzdem der bessere Boxer. Ben Askren kann nicht boxen und jetzt ist natürlich die Frage, wie es weitergeht für Jake Paul. BJ Penn hat jetzt angeboten, dass er gegen ihn boxen kann, also der ehemalige UFC-Champion. Und ich habe da schon ein Grinsen im Gesicht, weil ich wirklich hoffe, dass daraus nichts wird. Leute, BJ Penn ist auch am Ende und das muss man nicht sehen. Deshalb reden wir schnell wieder über die schönen Themen. Das nächste UFC-Event ist ein Pay-Per-View. Usman gegen Masvidal 2. Geiler Fight, ich freue mich drauf. Damit sehen wir uns bei der nächsten Episode am Dienstag, wenn es die Preview gibt für Kamaru Usman vs. Heuer Masvidal, das Rematch. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.